Stellen Sie sich Analysen vor, die so einfach sind, dass jeder Visualisierung erstellen und Informationen untersuchen kann. Mit CLICK können Sie Visualisierung, Dashboards und Apps erstellen, die Antworten auf die wichtigsten Fragen Ihres Unternehmens geben. Einzelpersonen und Unternehmen gelangen so zu neuen Erkenntnissen. Erkennen Sie die ganze Geschichte hinter Ihren Daten. CLICK verfügt über ein großes Partnernetzwerk. Mit der Unterstützung unserer Partner können Sie das Potenzial Ihrer CLICK-Anbindung noch besser ausschöpfen. Visatii profitiert vom Know-how und den Lösungen von Biterna. Visatii ist ein internationaler Konzern, der im Medienbereich tätig ist. Wir sind ein Softwarehersteller und haben uns spezialisiert auf Software für Broadcaster. Speziell im Grafikbereich sind wir Weltmarktführer. Eigentlich alle Großen in Amerika, von CNN über ABC, FOX etc. über fast alle größeren Fernsteheranstalten in Europa. ORF, ZDF, RTL, CCTV in China, NHK in Japan oder Star TV in Indien. Wir als Software-Spezialist stehen tagtäglich vor der Herausforderung, dass Software stabil laufen muss. Dementsprechend stellen wir auch an unsere Partner, wie die Biterna und CLICK Anforderungen. Unser BI-Tool muss 24-7 zur Verfügung stehen. Biterna beschäftigt sich mit Business-Software in den Bereichen BI, ERP und CRM. Wir als Biterna sind jetzt mittlerweile seit zehn Jahren Partner der CLICK. Es hat sich relativ rasch herausgestellt, dass bei Biterna im BI-Bereich ein sehr großes Know-how vorhanden ist. Wir mussten ein neues Tool haben, das wir selbstständig bearbeiten konnten, weil wir einfach mittlerweile eine Größe erreicht haben, wo es nicht mehr möglich ist, alle Zahlen wirklich durch Personen im Excel aufbereiten zu lassen und dann über alle Regionen verschmelzen zu lassen. Wir haben dann einen Workshop-Tag gehabt, wo wir konkret vorbereitet hatten, das ist ein Bericht, den wir relativ rasch brauchen. Da wurde dann an diesem Tag schon umgesetzt und das war im Prinzip die beste Probe, weil wir gesehen haben, erstens, es geht schnell und zweitens, es ist flexibel und wir konnten wirklich einen Testlauf machen, wie er ansonsten nur sehr schwer machbar ist. Also der größte Unterschied ist mit Sicherheit der, dass CLICK wesentlich dynamischer ist als das vorherige Tool. Und vor allem, ich brauche keine Spezialisten mehr, weil die CLICK-Betreuung mache ausschließlich ich und ich bin kein ausgebildeter Entwickler. Ich habe Scripting nie gelernt, also das ist etwas, was man sich wirklich selbst beibringen kann. In unserem Unternehmen wird CLICK an allen Standorten eingesetzt. Das sind weltweit ca. 40 Niederlassungen mit ca. 600 Mitarbeitern insgesamt. Die Informationen zu haben, welcher Kunde welche unserer Produkte einsetzt. Im Finanzbereich, um die konsolidierten Zahlen zu visualisieren. Im Sales-Bereich, um zum Beispiel Kunden zu segmentieren. Der Full-Service-Gedanke, den wir als Bietherner leben, das heißt, wir vertreiben es ja nicht nur, wir implementieren, wir machen einen Support, wir machen die Individualisierung, wir machen die Prozessberatung, wir bieten auch Hosting an. Eine der spannendsten Neuerungen, die in nächster Zeit von der CLICK veröffentlicht werden wird, ist die R-Integration in CLICK Sense, im neuen Tool, um in diese Sparte Predictive Analytics hineinsteigen zu können. Ein lokaler Partner mit internationaler Erfahrung. Zuverlässiger Partner, der einfach auch sehr kundennah ist und einfach da ist, wenn man ihn braucht.